Ah, Entschuldigung, jetzt mit dem ich die Pizza noch nie aufkehren. Überall Pizza. Könnt ihr die kleinen Kinder nicht auffassen, mit ihrer Pizza nicht mal herumkleckern. Ah, scheiße, scheiße. Was ist denn das für ein Zettel, hä? Arbeit hier. Soll ich jetzt die Security-Arbeiten? Mal verlegen. Hm, die. Mal verlegen wir gar nicht so schlecht. Weil, eine Menge könnte ich gebrauchen. Ach, was, was. Scheiß drauf. Ich werde Security. Ich bin jetzt der neue Security hier. Jetzt bleibt das noch in meinen Regeln, Leute. Also, ihr wisst Bescheid. Schauen wir uns gleich im Game. Sehen wir uns gleich wieder besser. So Leute, hiermit steht eine kleine Reihe, was ab und zu mal kommen wird. Genau. Und sie nennt sich FNAF Darf es. Oh, hier einfach mal FNAF Games wie FNAF Cover oder so. FNAF. Genau. Was ich genau machen darf. Genau. Ich bin auf Cover und so Spiele. Ich könnte vielleicht nichts sagen. Sprachen lernen. Dabei. Aber ich würde sagen, wir legen mir nicht zu viel Zeit. Wo machen wir uns rum? Dann starten wir gleich ins Game. Das ist gar nicht. New Game. Freddy's Fasper Pizza. Starten um 12 Uhr nachts. So. Hallo? Hey. Ui, Frey! Ah, nicht der Schaufte. Ja, greck! Lass mich ruhen! Ich mag dich nicht. Auch an dem Video, aber ich mag dich nicht. Sammeln wir auf, auf. Geh weg. Kommt das mediker Wink, hä? Ich mag eigentlich schon nichts nicht. Schicka. Boah, nee. Das ist das alte Lager. So, machen wir ein Licht an. Boah, nee. Wir freuen. Einfach. Der Cupcake da. Ich weiß ja, wenn ich euch zu viel höre, stören. Ich sage es auf dem Cupcake. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So. So. Er hat auch schon ein bisschen mehr Stock gewischt. Muss ich sagen. Licht, es werde Licht. Nichts. Hm. Konto oder was. Hilfe. Sterbe ich heute? Bei sich nicht. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt einen M. Soll ich für Strom sparen. Soll ich eine Idee. Ja. Ich glaube man Strom sparen muss. Heißt ja gleich toll. Ja. Okay, wie geht's da? Kann ich auflegen? Ich will nicht mehr weiter zuhören. Geht das? Kann ich nicht auflegen? Warum greife ich mich im Theater? Nächste Frage. Ja, ich bin's bewusst. Wir sind zu einer Pizzeria. Ja, aber äh. Ich glaube nicht, dass da so heiß ist. Ich glaube nicht, dass da so heiß ist. Glaub ich jetzt mal nicht. Unverständlich machen wir nicht. In einigen. Restaurant. Kitchen. Und so. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Und so. Man weiß ja nicht. Ja, ich hab' diese Uhr gefühlt noch nicht. Fühlt noch nicht. Da getötet. Im Deutsch kriegt man wieder richtig rein. Das höre ich. Und fühl ich. Aber mit Ausflug passiert eh nix. Also. Wir sehen uns die Mütze gleich und Tschau Eine Ewigkeit später Ich gebe noch Barrierwasser Scheisse Geweckt Brony Geweckt Brony Einer von euch Penalister, ich merke das Schicker Weg, weg, lass mich Was will ich doch alle um? Ich will doch nicht mehr um, bitte Ich verbiss dich Ich werde dich Ich werde dich Ja, Brony Ich werde dich Ja, Brony Ja, Brony Kaum Vier Prozent Ja, Gewonnen Ja Ja So, der erste Tag Fast direkt Super, würde ich sagen So, darf ich sagen Wir sehen uns die nächste Geschichte Bis dann Oh 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 Verpiss dich Geweck Lass mich in Ruhe Geweck Geweck Ich bin dann vorbei Ich erkenne es jetzt schwer Das ist die einzig wahre Flammy Tasse Das war zum vierten Gewünsch Für das am Lendengewünsch Gab es die Oh Die ist richtig cool Die Oh Die ist richtig cool Die ändert ihre Farben So, wenn du weißt was du sagst Ändert die die Farbe Das ist richtig cool, glaube ich mir Jetzt ändert sich die Das ist wirklich sorgeinlich klasse Und bald Wie ihr das Video seht Ich sollte doch bald ein Gewichtspiel Das ist am Lendengewünsch Willkommen Da schaut Sog Gehen rein Hier gibt es ein Super cooles Design Was aus Was getucht wird Was sage ich noch nicht Lass mich errischen Errischen Erraschen Aber Es ist Vergeben und so Vergesiedelt Es ist nützlich Das sage ich nicht dazu Och nie Boni geh weg Boni du gehst mal morscht Wirklich Bum 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 Cupcake machen möchte Ganz immer Boni Ich kann es mir hinruh lassen Boah Der Cupcake Einfach Einfach Der Typ Für mich töten Und Bum 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 Kann ich denn mit dem Achtel nicht ausschalten Gibt das nicht Und dann Boni Boni ist da Konium Wieder öffnet sich Ich bin fast auf der Rechten Lasst beter alle leben Bolli! Ich habe die Heimhalle. Ich habe die Heimhalle. Ich habe die Heimhalle. Oh, gut gut. Oh, da steht noch der Mackie. Hallo. Kannst du bitte von meiner Tür weggehen? Komm. Chica. Bonnie. Bonnie. Chica. Du brauchst mich gern. Wollte ich gerade sagen, dass ich mich gar nicht gebraucht bin. Ich sage schon. Ich war schon Chica. Bitte rette mich. Rettet mich doch. Ach, nie. Freddy, da hin. Kann ich mich nicht um den Tisch verstecken. Ach, nie. Freddy, hau ab. Hau ab. Geh weg. Ich habe meine Besen. Willst du dich töten? Willst du dich töten? Scheiße. Ich bin verrückt. So, Freunde. Auch wenn ich jetzt tot bin, kann ich jetzt auch gehen. Ciao, ciao. Jetzt gehen wir weiter mit dem Pferdwissen. Lew Lasch z Motor. Das ist, verändert uns zu krophen ab. Wenn der Gewalt muss, werden wir mit dem dünnen Pferdwissen verändern. Musik einmal ist klar. Vielen Dank.